mit maru daraus flocke und early und items in unserem team und den alex und direkt bei wieso spottest du ein direkt bei wenn du auf b stehst du stand doch gerade neben mir da oben ja aber von direkt a kam eine granate zu mir hochgeflogen mit den zähnen fangen und zurück genau dem meinte ich ich krieg heute ein fleischsternchen für nachladen den einzigen hitmarker den ich richtig gegeben habe war da wo ich dir die sprengladung in die fresse geworfen hat und du das aus irgendeinem grund überlebt habe auch keine volks domination gespielt das ist jetzt wirklich bei den stairs wieder da ist jemand unten in einem geschütz jetzt ist der unten bei dem durchgang oben im fenster wieder ist angeschaut kann ich mal gucken weil ein gegner nicht frei aber maru du hast doch gesehen dass oben links im fenster jemand raus weil ich weiß dass ich nicht rein mit der waffe also da los im fenster oben bei wm ist geblendet war aber nicht und rechts kommt einer wahrscheinlich nach links was gesehen glaube ich über die brücke rüber links runter gedroppt unter der links unter der links ist die bombe wurde ja jetzt links jetzt links wie habe ich denn Alex getötet hat er sich selbst umgebracht habt ihr auch dreimal musik oder so wahrscheinlich war das der eine schuss den du noch abgegeben habe alles habe ich gehabt oder nicht aber alles hat mich getötet recht und dann ich ihn oder hat er das geht das geht aber gleichzeitig töten ja echt ja die bullets die haben ein wanderweg aber wir waren ja klopfen der weg die pilgerfahrt der wurf wegen ich hab er da ich war da an die wandern ist der kugel okay sie ist links von den stairs kriegt jetzt eine claymock also eine nade sagte pusht durch den tunnel unten ganz unten ja warte ich erkennt ich habe ein gerüst einer granate könnte schon durch sein wenn du da nicht die nähe links auch heimlich gott sachse habe ich hast du okay ich habe den call gehört und dachte mir so fack 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 ich habe kauterik und vor dem war gegenüber gegenüber da ist noch einer da ja da ist aber ein sniper aufpassen war eine treppe gewesen ich musste ein richtiger rober das schläge über die unter der brücke die alles okay der kommt die streppe eventuell das mal ich mag wir singen ja möglichst das gleiche wie wir es gerade tun weil wir da eigentlich gar nicht so schlecht waren ja momentan habe ich noch keinen einzigen kill bekommen weil alle mir abgestoppt werden wir haben die bombe gelegt ich bin noch am nachladen ach komm mal man muss kommt über den tunnel ja 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 das ist die direkte die bocker aufbähig aufbähig einer noch einer noch das manus wahrscheinlich oben ja ich edifuse hinter euch hinter euch schaff ich gut abgelenkt ja ich hab mir gedacht wenn er wenn er schießt dann mich jetzt machen ich habe noch einer drin richtiger spaß wie laut da wissen wir nicht mehr er ist nach rechts gelaufen die bombe anscheinend nicht nicht bei b die bombe nicht bei b er kommt von dem balkon oder über nicht da noch alles gut jetzt zuerst sieht es relativ wenn er noch mehr verschießen er hat laut uns das laufen ein komisches ding an der drücke aber gerade kurz durchgesprintet das ding hier ich habe mein spiel zu leise ich höre nein deswegen zu gucken müssen deswegen ja so weit hinten der witz ich glaube aber dann gesehen hat er war einfach geschmeißt sowieso schon dass du ihn direkt angst er wollte glaube ich den da ein play und wann es hinlaufen hallo stecke müssen besser in die brust die bombe explodiert in 15 sekunden das problem ist halt ich bin das letzte nach abschüssen aber ich habe zweimal die rüber geht aber ich bin da jetzt einfach rein und dann gehe ich bin da ja ich versuche natürlich gibt es mal das ist nicht so dass ich nicht versuche zu gehen aber ja ein bisschen offensiver das war kein teammate das ist ein gegner hier vor mir ok ich bin tot viel spaß hinter mir ich brauche hoch jetzt verdienen wir sogar die runde ich bin alle abgelenkt deswegen ja ja er wurde da wollte er zu viel du kannst du willst du willst mir jetzt erzählen er wusste es du unterstellst gerade free sie das hacken oder nein er hat eine waffe gesehen man ich wollte die messer und hinter mir den dann ich hätte auch schon die falsche waffe aus gesehen was ist bei euch falsch wir geben denen mitleid mitspieler oder was haben sie nichts gegeben ja da ist auf jeden fall einer ja da habe ich ein händchen gesehen links außen 3 2 1 rechts außen ja also ich habe links außen im blick wenn er vorkommt kann ich ihn holen ich habe meine maus wieder kaputt gemacht wir wollen mich nicht kass kass ok einer ist hier oben rechts los ok kein entladen mehr gott da ist noch einer gewesen noch einer gewesen ich tick da hinten alex war da ich habe die bombe was machen wir ich denke da hinten also wir müssen dann auf a oh Gott ich hing fest hab einen auf drüben auf a oder was b ist halt offen da ist auf a ja der für b links außen ja ein auf der b ach man er hat auch kaum einen schuss in seiner scheiß drecks rechts rechts wir haben die sprengladung wir haben die sprengladung ich weiß nicht wie lang denn so hab ich gesehen nice nice jetzt kommst du rechts durchgucken da könnte auch nichts sein da kann ich auch raussehen oh schade zu spät geschossen oh so ich soll mal zu euch kommen ja was soll weg wir wollen dich nicht wir wollen kein Bier left ihr habt verloren deswegen soll ich runter kommen user left your channel meh autoswitcher puh winning team joiner bin der so weggenatet alter so ich hab Freezy ich hab die dynamitstange across the map geworfen und Freezy fängt das Ding ja Freezy zieht die an ja krass bei nades wusste ich das aber dieses zeug muss ja ausgelöst werden aber mann ist mit der WG-Prosicht links außen oh lol da unten steht Maxi ja den hab ich auch angeschossen achso ich hab ihn erwischt ja ja ich hab assist gekriegt da unten steht da unten und ist ein Sniper ne da war man jemand noch einer gewesen weil wir sitzen zwei da unten äh gerade fuck oben er ist oben in der Mitte hä wieso ist der keiner hat Dachse oben links fuck ok nein ist die Bommel ich da oben ja ich los also mann ist immer noch am G-Flocker ja ja ich seh das ich seh das da kommt ein bisschen was Maxi unten bei A-Direct an der Flak jetzt ne Flak im B-Fenster ist los bei dir Flocker ne du hörst ihn ja wenn du laberst nicht ich weißt du rechts runter rechts runter ich hab keine Munizium mehr gehabt da nur down oh nein oh nein oh wie ärgerlich komm dann spielst du spielst du auf Infanterie oder auf Airborne mit der Klasse dann hättest du ihn laufen können mit dem Bajonet ja ich war doch mal mit Vic ne eben der ist ja runter gesprungen du hast dich weg gedreht du hast dich weg gedreht oh mein ungeborenes Kind ich hab ihn bei mir aber nicht mal mehr im Bild gesehen ach so ja ok kurz nur sagen oh hei oje habt ihr gehört er ist jetzt hier auf Kamera Chigo schwanger bitte? was? du hast gesagt mein ungeborenes Kind das hat Flocken gesagt im Idiot das ist schön dass man unsere Stimmen nicht mehr unterscheidet ach so wir kriegen beide wie Mädchen wenn erliger wäre hätten wir das gleiche Problem ok entschuldige dann ist halt Flocken schwanger die holt ja nicht alle ab wenn ich helfe ja richtig korrekt deswegen hab ich mir deswegen hab ich mir auch letztes Wochenende noch richtig einen gesucht Alter sag sie gib mir ja weil du letzte mal ne der ist da oben noch du willst das Kind direkt an die Zähne gewöhnen oder was schieß doch nicht mehr durch bitte danke ich bin durch hinter auf den A ich guck bei dir da Konrad ich seh dein Kopf Arschloch also irgendwie ist einer durch allen vorbeigelaufen hinter euch hinter uns hinter uns stopp ach hier guck mal hinter uns wie hab ich den denn gecrossed wir haben ihn hier vorbeigekommen und die auszulösen oh nein da ist er da schaufelt ja gut er standen in einer dunklen Ecke was war das doch Mensch einer guck auf die Karte er stirbt einfach nicht was soll denn wo es tut so leid ich hätt halt da nun locker haben können ja dann guck mal warum hast du ihn da nicht gehabt ja ich hab ja gefragt was macht er auch nicht was das soll ich wusste halt nicht was passiert und dann hab ich erst gesehen dass du gemessert wurdest deswegen hab ich die ganze Zeit gefragt was was passiert ist der Flammer hat betötet instat mhm äh anzahlen schon er hat aber auch er ist auch ein close range Versorgungslinien gewinnen Kriege da hast du keine Reichweite damit du musst man glaub ich zwei Ticks draufhalten damit es stirbt aber dann stirbt das links außen ist immer der meine auch noch ja ich halte vorsicht ich sag auch vorsicht ja was ist denn los mit mir Alter von Norden oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott da ist einer da ist einer da ist einer da ist einer ich bin down lol Manus hä von wo ich weiß es nicht er war oben rechts er ist durchgegangen oh scheiße in dem Fenster ist noch einer oben links oben links im Fenster oben links im Fenster da hast du gesehen hab ihn einmal gehitten also da oben habe ich keine Konzentration auf dieser Map ah no! da oben In den Fenster regge 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 schneller hat irgendwer B ich bin auf b mitte aber die gehen auf die gehen auf b ja meine ich ja molly hat er dir gerade auch hat ja auch den back hat ja auch den back jetzt ich habe übelst den geilen back bei maro gerade aber richtig gut ja seht ihr da nur aller mehr schaufel im abschlag da war gerade um ecke laufen jetzt bin ich ein hauptberufliches hatte ich weiß schon warum nicht sachen gespielt ihr habt einen getroffen ich hab das war ein direkt auf jeden fall ich meine es war ein bisschen möchte der herr der sterben möchte nicht hat kassiert dahinter wir gewinnen die runde ich musste erst mal landen damit ich messern kann du kannst du glaube ich ausrüsten ist das ein ich nein niemals hundertprozentig kommt eine ecke direkt den klick richtig kassiert da war noch einer aber wir haben jetzt die bombe zwei leute drei leute war vorsicht die mail was geht ich glaube die gehen koordiniert los auf dem arzt koordinierten bescheuert ja die haben die bombe gesehen bei mir okay die hat schiebend 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 wahrscheinlich alle war kommen ja frisie ist ziemlich halbbar und auch unten auf dem von hinten vorsicht die trifft so leben noch zwei die bombe ist halt unten bei a mc du machst das oder oder sie ist da kurz durch bei denen was wo ja auch keine kinder mehr ich meine hallo wozu gibt es kinder überraschung gibt synthetische kinder sind wir lustiger die kannst du auf die kannst du ausbauen wenn sie nicht mehr braucht ausschalten er hat mir er hat mir einfach den header weggeballert den header weggeballert kundra den hast du erwischt nein das hat er nicht gemacht jetzt will kundra uns die handikärten überlegt ob man einfach selbst in die luft sprengen nein du kätest auf fünf leute um das gut zu machen nein das ist aber molly test mal deine fireball ich war bei mir schon weiter dieser netcode blimber als bei rainbow six nee das geht nicht aber ja wo ich bei ihm stehe bei mir war ich schon am rennen das war aber ein schöner hüftschwung ja aber man hat halt einen rucksack getroffen das ist der alu lädt die waffe nach während er ist mit der anderen hand schon gekommen der ist kaputt da kannst du nichts machen noch also A sind auf jeden Fall Sniper also wenn ihr Sniper könnt ihr A gehen kannst 3 punt Duell mit Max kein Durstlöscher mehr derjenige Bomber reden wir nicht über den Bakon warum nicht hier links außen oh man ne fucking blend ey die nade oh god die nade ich hab riesige nade der hat mich zurück nade hat die die nade zu mir hingeschmissen Maxi war komplett hinten durch aber mit der Sniper wo ist mein molly hin der hast du in der Hand gehabt danach ist er weg die nade ist nicht nett die war relativ gemein dieses quickscopen kannst du nicht vergessen und an der Ecke was passt auf hinter euch ist ja frei hinter euch kommt einer gewascht wahrscheinlich oder leider muss da hinten gucken erstmal komm ich vorsichtig kann ich durch ja danke nett 4 gegen 4 weil das zu stark ist dadurch oder ne weil also du bist halt nicht drauf das ist halt nur Glück äh die kommt vom Balkon und über A hoch Bomber da ist die ganze Feilung ah das ist der Vollbomber oh der Messer hat mich hintermissen geht in Häuser rein das ist glaube ich der äh nicht der Feuerbomber das ist der das ist der Vollbomber der rennefliegen aber er hat auch mal was weg gemacht das ist der unsteuerbare Bomber okay jetzt musst du dich bewegen der muss sich bewegen der kann sie ja nicht der defuse bestimmt ja ja die Bomber mitgelommen bei mir nein die Bomber kommt der Bomber kommt der Bomber kommt ja hast du gut gemacht Jigo hast du gut gemacht oh das war awesome richtig gut vor allem der beste Kill hier erst mal das Gasrohr getroffen und das Schrei dazu noch so oh oh ich dachte da schon mal nein rennt sie jetzt rein in die Bombe ich hätte zu gerne zu gerne das Gesicht von Dalu gesehen so fuck 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 mein Gedankengang war der nimmt die Bombe mit halbemaltem so sah das bei mir auch aus ja das macht zu geil ohne Witz ey da haben wir den da haben wir den aber wo gucken wir da raus ich hab keine Sniper ich kann hier nicht gucken ich tu mal ne Dingens drauf werfen ne Dingens drauf oh Gott und ach komm diese Sniper sind zur Lenk ok unsere Jagdmaschine greift an ja der Sniper ist immer noch ein Fenster hab einen ne Jagdmaschine von uns ok ok ich lauf da nicht rein also auf A mindestens zwei Leute einer mit Sniper ne einer ist tot aber keiner am Sniper aber keiner am Lenden oder ne ne also Sachs hat den Sniper und Maxi wahrscheinlich auch äh Items ja bitte ne ok Sachs ist Down oder Maxi aber Maxi recht ha ha abgestopft weil du keine durch die Wand nicht durchschießen weil du keine durch die Wand schießen mitgenommen hast das ging ganz immer da macht jemand Schaden schnell mein Kill mein Kill tschüss das heißt ab jetzt macht es Sinn vor Mantelgeschoss mitzunehmen ja mach Vollmantelgeschoss genau das gleiche wie voll Hände nein Vollmantelgeschoss erlaubt dir nur dass du durch Wände schießen kannst aber ich mach dadurch nicht mehr Schaden auf Kopf nein das machst du auch mit dem Fetchling machst du nicht mehr Schaden außer du triffst den Kopf feindliche Aufklärung das sieht mir doch doof aus weil der Schaden auf Wert hoch geht Vorsicht oh Gott überall nahten nahten überall nahten 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 der kriegt jetzt ne Sticky ich hab oben das Fenster hat er nicht schade Sprengladung platziert ok nahten auf A A schafft er das? wo ist er denn? er hat meine Nate in dem Moment verballert Alter Early Early Hätte er mich sehen können vielleicht sogar hey hey ne ich wollte dich grad knifen Early ok ich bin kurz zur Kiste oh das war dann abgebrochen ok wir müssen hier kurz ich brauch mal einen Ab ja mach doch einfach die waschen nicht durch was willst du? ich will alle deniglich Sniper die waschen die nicht Vorräte unterwegs schützt die Abwurfzone schützt die Abwurfzone ihr Boris Niemals und was gäbe es schöne zu Weihnachten äh Schwerfeuer also darf ich hier drauf bitte es gibt bei mir einen Nahten ich stand doch eben drauf was ich denke an der Team kann es auch erwischen ne ja ne das war der Jagdpilot im Anflug Achtung Achso unser unser Pilot ach ich dachte schon ah Mist mein Jagdpilot war richtig schlecht boah hast du sie gesehen? fuck alter Freezy kann einfach schießen obwohl er mich nicht sieht ja kannst du ich meine schießen nenn Positionen wenn ihr sterbt damit wir wissen wo sie sind ja ok äh einer noch am dem Fenster bei auf deren Seite da ja im Fenster oben ist einer der der hat sich versteckt ich meine rechts ganz rechts ach so ok aber auch einer oben Fenster gewesen in den Afenster habe ich aber noch einen Blick also kann ich auch dahin du bist tot ich verlasse ne da kommt einer da kommt jetzt einer im Tunnel der war im Tunnel über mir läuft was ich hab gehört da kommt wissen die können wenn Flockfeder der bestehen können sie mich nicht hier vorbei laufen guck mal ob er aus dem Fenster gesprungen ist Flocke B Flocke B links links auch das ja rechts aber auch du langsam beide gleichzeitig umgebringt links noch glaube ich oder? links noch ja links close glaube bei A oh Gott oh Gott oh Gott Mann ihr hab ich denn falsch gehört bei mir waren sie hinten bei A du musst dein Headset machen das du noch aufsetzt ja wir haben ja beide gesehen die kamen ja links und rechts von mir ja das war eigentlich oh schön das war ja auch angesagt eigentlich ja ja schön ja suchen und zerstören Versorgungslinien gewinnen Kriege zerstört ihre Artillerie ja das war für die Bombe schickt 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 die alle keinen scheiß Tricorn haben ey die haben Falschemieger oder? nein das ist äh Airdrop ne jo der ist aber scheiße gelandet ja relativ unschön für die ja ich hole mir den jetzt mit Jagd Erkraft verdicken wohnen am Mg am Mg nein warum denn ach unser Erkraft er steht hinterm Haus bei denen ach so hat er die Bombe bye oh also ich bin gerade auf dem B Spot aber ich habe keine Bombenladung auf A auf A drei Leute ach ok dann komme ich auf die runter und lege Spionageabwehr in der Luft ich lege jetzt halt nicht ob hier noch irgendwo jemand ist ah waren drei Leute wir haben Leute die flog doch Sprengladung platziert vier Leute what the fuck äh komm Treppe hoch Treppe hoch einer definitiv noch Items ja genau hinter mir oh Gott oben oder unten oben war er oben hier war bei uns hab ihn schön ok immer noch oben nein ich habe ihn fünfmal getroffen hat nicht gezählt auf A ja die Bombe ist halt geblendet der wird grad defuse kann sie aber schaffen ok ja der hat mich gut umlaufen ein bisschen verwirrt das als ich da auf einmal der ist rüber gesprungen und hat sich direkt hingelegt ich bin auf einmal nicht mehr gesehen naja ok guck ich versuche schnell durchzugehen für die Bombe ich schläge die Bombe ich schläge die Bombe Dalu ist gestorben ist alles guter gefallen der hockt da schon weder AMG ja was oh fuck links außen einer ja ich kann den nicht ab links außen der kommt jetzt oder was er ist runter gedroppt in dem moment verdammt er kann wieder hochgehen ich hab unten im blick aber ich muss von oben kommen kann auch außen rum gehen theoretisch er geht außen rum ja er ist unten bei der Bombe bei der Bombe er hatte die längste Zeit einen Schädelknochen komisch dass der Helm nicht abfliegt ey der ist echt sicher da ist die Semperohelden so wir können den Sack jetzt zumachen letzte Runde eventuell so ist es nix eventuell ist die letzte Runde wenn er mir davon kill lasst wenn er mir davon kill lasst wenn er mir davon kill lasst wenn er schon lange vorbei hätte ich dir nicht einmal geholfen am AMG nicht mehr nicht rausgucken da oben ist einer drin Sprengladung fallen gelassen ich war nicht ich war nicht in seinem Blickfeld fuck 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 Dalu kommt zwei Schläge ja Dalu und Maxi sind beide down und ich hab die Bombe in Bewegung ich hab das MG das MG da muss ich noch auszuarbeiten oh da steht auch noch einer oh lol auch der Treppe rechts verdammt ja Sprengladung in Bewegung A Sniper Sachse wenn er nicht da und ist 3 bis 4 da hoch come on kundi hinter dir ja ich muss beim MG hier rechts leg bei A links 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 und wir kommt einer er ist ja drauf bei arbeit er ist ja drauf vor sich vor hilfe oh 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 wans weiter ne nete ne nete na robert das steht oben mit Fenster von unserer boah zieht die alte er schafft das er muss kommen von daher lassen kommen das wird nicht riesig die bombe sich dabei muss die bauten hat die zeit in dem moment die der der sound kam noch der stadt der feind hat die menschen schreiben du solltest einfach gar nicht fliegen das ist das ganze ich dachte das dauert fünf sekunden er hat die granate geschmissen hat direkt ist direkt hingelaufen der kann ja nicht da ist eine oberfläche auf links außen ach man alter wo steht er denn war noch in deren deren base quasi genau oder jagdfräger hier ist gefährlich ich habe unsere position gott er stirbt wieder nicht ist es zum kotzen dieses spiel jetzt kommt jetzt ein aber ich war richtung tunnel unterwegs wie sie war ich nicht unterwegs da hinten durch möglicherweise kommt ja von oben direkt bei dir kann halt noch jemand von hinten kommen denke ich mal hier ist wieder hier flocke eisenharte verteidigung haben wir ja von da hinten unseren aus und unten würdest du da ja von unserem spon aus war das gerade umgedreht das kann doch nicht sein 11 11 weißt du da wird schon gefeiert jetzt verlieren wir das match noch wer hat den gefeiert außer early also ich nicht natürlich du hast auch rufen ich habe das fenster oben gleich ne also wir müssen nicht gucken da sind zwei leute oben auf der brücke gerade ja fette sehe ich maru du kannst das war es wir können die schuld geben war das nicht early war das nicht early den der mann der free sie zu spät gepusht hat war das nicht ehrlich wir einigungen darauf dass war early selbst wenn er das nicht war also das war der grund das war die elfte runde die hat er nicht gefust ja aber dabei und bis zum nächsten mal meine freunde die kreis